Jetzt haben wir ein Fohlen, das weder im Paralog noch im Nachfrag ist. Das ist ein Schuhfohlen von Casal aus einer Mutter von Contender Carpago. Das Fohlen wurde geboren am 25. Juli. Sicherungsbesitzer ist Renato Levanic aus Koazien. Die Wachstum ist in der Vordergrund. Das ist ein Schuhfohlen, das ist ein Schuhfohlen. Denn die Wachstum ist in der Kiste. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020